Guten Tag, habe ich was verbrochen? Das ist eine Polizei-Routine-Kontrolle. Führerschein. Sollten Sie nicht irgendwo unterwegs sein, Straftaten verfolgen und irgendwelche Verbrecher jagen. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Kapiert? Wohin sind Sie unterwegs? Zu meinem Hubschrauber-Landeplatz. Fahrzeugschein. Hier, bitteschön. Verbandskasten? Hier, der ist ganz neu. Haben Sie Alkohol getrunken? Ich? Niemals. Steigen Sie aus. Hände da, wo ich Sie sehen kann. Ich habe nichts getrunken. Das beurteile ich. Nun gehen Sie eine gerade Linie. Hier, bitteschön. Reiben Sie sich mit der einen Hand am Bauch und mit der anderen schlagen Sie sich auf den Kopf. Andersrum. So, das reicht nicht. Tanzen Sie. Los. Das ist eine neue Art der Kontrolle oder was? Los. Das nennen Sie tanzen. So geht das. Y'all ready for this? So, war's das denn? Ich muss jetzt los, ich muss jetzt weiter. Darf ich fahren? Ja, fahren Sie. Ja, fahren Sie.